Pflichtprogramm. Vor der ersten brennenden Kerze gibt's erstmal rauchende Colts. Nichts gegen John Wayne, Charles Bronson und Co. Aber für mich als Gelegenheits-Western-Gucker sind Filme mit Clint Eastwood. 93, das Nonplusultra. Und keiner davon ist so legendär wie für eine Handvoll Dollar. 1964. Den Wild-West-Klassiker von Sergio Leone kann ich mir einfach immer wieder ansehen. 23.30 Uhr, rbb. Geheimtipp. Eigentlich ist Jordan Peele, 44, hauptberuflich Comedian. Vor einigen Jahren hat das Multitalent aber auch den Regiestuhl für sich entdeckt. Und revolutionierte mit seinen außergewöhnlichen Filmen das Horror-Genre. Sein Erstlingswerk Get Out, 2017, über einen Afroamerikaner, der die Eltern seiner weißen Freundin kennenlernen soll, wurde direkt für vier Oscars nominiert. 1 Uhr, ZDF. Bloß nicht. Wenn Florian Silbereisen, 42, am Abend vor dem ersten Advent sein Adventsfest der 100.000 Lichter zündet, geht bei mir direkt der Ofen aus. Mit einer allzu bekannten Gästeliste, Roland Kaiser, Maite Kelly, Andrea Berg, Ross Anthony, schafft es der Traumschiff-Kapitän aus Tiefenbach, mir jegliche Vorweihnachtsfreude zu nehmen. Aber ich muss ja nicht einschalten. Zum Glück. 20.15 Uhr, das Erste. Streaming. The Killer, 2023, von Meisterregisseur David Fincher, 61, ist für mich der Film des Jahres. Als großer Fan des Kultstreifens Fight Club, 1999, lässt allein schon der fortwährende innere Monolog des Hauptprotagonisten, gespielt vom großartigen Michael Fassbender, mein cineasten Herz höher schlagen. Und auch sonst überzeugt der unterkühlte Thriller über einen namenlosen Auftragsmörder auf ganzer Linie.